hallo ihr lieben heute machen wir dort painting also punkt malerei das hat ein bisschen ähnlichkeit mit diamond painting oder malen nach zahlen und das ist ein set von maraboum da sind die farben mit bei da sind die vorlagen mit bei wie ihr seht und genau also dementsprechend wollte einfach mal ausprobieren weil ich habe zwar auch diamond painting angefangen aber das bild ist so groß bis ich euch da was zeigen kann das dauert ich schaffe es irgendwie zurzeit nicht wirklich und dementsprechend war das jetzt für mich eine schöne variante die ich euch zumindest zeigen wollte ich sage euch so nach und nach dann was ich für erfahrung gemacht habe wie ich es jetzt fand ist immer geschmackssache und das ist so ein bisschen auch immer nach jedem via das am besten halt ja wie soll ich es ausdrücken hier es empfindet jedes basteln ist ja immer eine geschmackssache was mag am liebsten wie markas am liebsten und ja in dem set ist wie gesagt alles mit drin die flasche die mal flasche sage ich jetzt mal die war jetzt auch zugewesen ich musste sie mit einer nadel aufstechen damit zeit funktioniert aber dadurch halten sich natürlich die farben auch ein stück weit länger also überhaupt nicht schlimm jetzt gewesen außer dass ich eben gucken musste wie kriege ich diese flasche auf weil es natürlich auch nicht jeder hat so eine dünne nadel wo es reinstechen kann und 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 aber wie gesagt bei mir hat jetzt gepasst und dementsprechend konnte ich dann loslegen und es tut mir leid ich habe schon wieder den falschen blickwinkel gehabt aber ich mache tatsache dort sind die vorlagen man kann sich die farben auch aussuchen das heißt ich selber habe sie für mich jetzt entschieden wie ich sie nutzen möchte habe also dementsprechend mit dem braunen begonnen das ergebnis zeige ich euch selbstverständlich zum schluss auch und während ich da so ein bisschen mache und ich hoffe ihr seht wenigstens so ganz klitzekleines bisschen wie es mache es tut mir leid es tut mir wirklich leid ich hatte aber komplett vergessen irgendwie umzuräumen und den tisch noch mal zu drehen damit die kamera besser steht also es tut mir wirklich leid ich gelobe wirklich besserung dass es da nicht mehr zu kommt ich glaube ich habe noch ein zwei drei videos wo die kamera da so der dahinter steht es gibt bastel sachen die ich mache da passt das auch ganz gut aber es gibt eben halt die bastel sachen wo eben ich bin nun mal ein rechtshänder und entweder würde ich die kamera vielleicht auf die linke seite stellen dann würde es glaube ich auch wieder passen aber wie gesagt es tut mir leid während ich jetzt dem mache kann ich schon mal sagen ich finde es an sich nicht schlecht ich habe für mich aber irgendwann festgestellt es geht unglaublich in die hände dass es wie bei diamond painting man muss ja ein stück weit festhalten man muss platzieren man muss bei dem jetzt auch die farbe so ein bisschen ja drücken aus der flasche und mit taten irgendwann die hände weh und man kann die bilder natürlich auch immer erst nacheinander machen und einem drum und dran das ist ja jedem selbst überlassen ich wollte aber dass diese kleine postkarte wollte ich letztendlich gerne fertig machen und ja irgendwie tat es eben wie gesagt irgendwann weh habe auch so ein bisschen ein paar sachen jetzt einfach raus geschnitten damit es nicht zu langwierig wird und genau aber ansonsten ich finde es an sich nicht schlecht was eben auch manchmal schwierig war dass mir die punkte die sind ja in der regel so ein bisschen unterschiedlich auch die sollen ja mal größer mal kleiner sein die punkte das habe ich für mich so nicht hundertprozentig hinbekommen mir sind die sachen ein bisschen zusammen gelaufen wie gesagt ergebnis zeige ich euch noch ich finde es jetzt an sich sonst nicht schlecht das ist halt eine schöne entspannungssache auch wo man ja ich wiederhole mich wahrscheinlich ich höre ja immer hörbücher deswegen vertone ich halt meistens auch ich wollte zwar mal gucken ob ich irgendwann mal wieder ein DIY mache wo ich euch live richtig mitnehmen also wo ich selber dabei so ein bisschen was erzähle was ich gerade mache wie es mache und aber wie gesagt aktuell ist das für mich die schönere variante einfach weil ich wirklich ich kann hörbücher hören ich kann musik hören ich höre auch unglaublich die musik wo ich halt selber eben halt vor ort war wo ich dann gefilmt habe und ich mir die als mp3 oder ähnliches gemacht habe also dadurch für mich ist es immer wieder noch mal schön die ganzen abende wo ich dann abends war auch noch mal zu erleben und mir dann dementsprechend auch die möglichkeiten und die zeit zu nehmen genau aber ansonsten wie gesagt die farben hier kann man sich selber überlegen ich habe da waren jetzt vier farben im set ich musste so ein bisschen schauen wie funktioniert es jetzt am besten ich hätte mir gerne mehr farben gewünscht gerade auch bei sachen da sind ja auch mehrere parts also wo man jetzt vielleicht gerne immer jeweils eine andere farbe genommen hätte das war jetzt nur bedingt möglich aber vielleicht ist es auch manchmal gar nicht so schlecht wenn man nicht so viel auswahl hat ist ja immer so ein bisschen abhängig davon wie schnell kann man sich entscheiden was man machen möchte und mir geht es ja beim basteln auch ganz viel einfach mal den kopf auszuschalten und einfach zu machen und genau ansonsten wäre übrigens mein kanal noch nicht kennt darf natürlich gerne sich weiter umschauen noch und darf auch gerne ein abo da lassen oder ein daumen nach oben oder eben teilt auch gerne ein kommentar ich freue mich aktuell sehr es gibt so ein video über trockenblumen wo ich sie selber trocknen in diesem gel perlen und da habe ich aktuell sehr viel resonanz einfach drauf da habe ich kommentare da habe ich eben auch ganz viele die die videos aufrufen und sich das anschauen und freue mich da wirklich sehr drüber freue mich auch dass wir über 500 wir gehen gerade steil auf die 600 abonnenten zu und ja ich lade in der regel sonntags hoch meine videos und die die weiß um 12 und um 16 uhr kommt immer ein musikvideo und ja und dadurch da freue ich mich einfach immer drauf dass ich das fertig mache es wird bestimmt auch irgendwann mal jetzt eine zeit kommen wo ich es wäre ich nicht hochladen das liegt aber einfach daran dass ich einfach unglaublich viel auf arbeit auch zu tun habe ich da einfach unglaublich dolle kobe und aber aktuell funktioniert noch ich habe aber auch weniger gebastelt das heißt selbst die videos die ich noch habe werden irgendwann alle sein wobei die letzten videos waren relativ aktuell weiße halt wirklich auch ganz gut fand wollte ich so euch natürlich ganz schnell zeigen und genau also dadurch schaut euch gerne um gebt mir gerne ideen was ich vielleicht auch ausprobieren kann oder was ich euch zeigen soll darf und ja dementsprechend ist es für mich auch eine wunderschöne variante mein hobby dinge auszuprobieren euch einfach auch zu zeigen was möglich ist was es für dinge gibt und ja ja ansonsten ist das dort painting für mich glaube ich nur bedingt jetzt noch mal also das set habe ich das mache ich selbstverständlich auch fertig aber aber ich glaube nicht dass ich es mir noch mal holen werde einfach weil es eben zu anstrengend war für mich aber ich will es überhaupt nicht schlechtreden weil es irgendwo ja trotzdem was eigentlich was putziges ist irgendwie was man eben einfach mal ausprobieren kann mir fehlen gerade die worte wenn ich ehrlich bin ja wie gesagt mir ich habe aktuell so viel im kopf dass ich manchmal meine gedanken nicht sortiert bekomme ich habe ja jetzt mittwoch noch ein video wo einfach quatschen hochgeladen und weil es glaube ich einfach auch wirklich so viel gerade im kopf ist dass ich da gerne das einfach mal ausprobieren wollte wenn man einfach sich vor die kamera setzt und das ganze dann einfach mal ausspricht und erzählt was gerade so ist und ich habe ja noch einen vollzeit job und der ist gerade sehr fordernd wo man dann einfach so ein bisschen ruhe irgendwann braucht und ich habe ja für mich so ein bisschen gerade das lesen entdeckt wieder ich liebe es sehr und habe da auch unterschiedliche autoren mittlerweile auch rangenommen zu anfang habe ich mich ja an einer autorin festgekallt weil ich wusste die bücher sind gut ich mag sie und ich lese sie ganz gerne das sind so thriller und die autorin heißt linda castillo glaube ich irgendwie so ähnlich wird sie ausgesprochen und die schreibt über eine einen sheriff oder eine vier ist das weibliche wort für sheriff also ist auf jeden fall eine weibliche dame und die war früher amisch und die ist jetzt eben aus diesem kreis ausgetreten und darüber gehen aber auch meistens die das heißt im amischen kreis passiert dann irgendwas und irgendwie ein mord und darüber schreibt sie dann eben und sie hat einen sehr angenehmen schreibstil ich habe die anderen bücher von ihr sie schreibt ja nicht nur über diese sheriff dame sondern auch über andere ich fand die die reihe jetzt einfach für mich am schönsten und aber ich habe wie gesagt jetzt auch andere autoren für mich entdeckt und liebste sehr hat er jetzt auch katinka engel zum beispiel da gibt es so ein dreiteiler wo es irgendwie auch indirekt immer um die band geht für mich ist ja musik immer ein wichtiger part dadurch glaube ich hat mich selber halt auch sehr gepackt dass ich da jetzt das ganze so ein bisschen für mich entdeckt habe dass ich diese dreier reihe bestimmt auch fertig lese ich habe jetzt gerade das band 2 fertig fand beide teile bisher sehr angenehm und freue mich schon wenn ich dann den dritten teil anfange und ja ja hier habt ihr gerade gesehen ich hatte ja dann einmal weggeräumt ich habe einfach eine pause gebraucht um dieses diabeier fertig zu machen weil es wirklich schwierig war für mich und ich wollte zwischendrin auch noch mal was anderes machen also dadurch habe ich glaube ich habe zwei drei tage für gebraucht das war aber auch okay wie gesagt man sollte sich beim basteln keinen druck machen man sollte auch nicht immer die erwartung haben das wird gleich bombe wenn man was neues ausprobiert und dementsprechend es gehört einfach auch ein gewisser über über übungsfaktor mit dazu und wenn man dann feststellt okay das hat beim ersten mal so nicht funktioniert dann ist es einfach auch in ordnung und dadurch ja ich zeige euch auf jeden fall gleich die ergebnisse noch und damit ihr auch seht wie es dann wirklich ausgesehen hat weil es wirklich durch die meine rechte hand nun mal leider so ein bisschen ungünstig jetzt war und ich werde mal sehen was ich am wochenende jetzt basteln werde ob ich basteln werde ist ja zumindest aktuell jetzt wieder ein bisschen frischer geworden was ich übrigens auch sehr angenehm finde ich bin jetzt nicht so der typ für einen warmen sommer aber das glaube ich ist ja da gibt es eigentlich gibt es glaube ich nur ich liebe den sommer oder ich liebe den sommer nicht ich bin jemand der den sommer nicht liebt ich liebe den herbst ich liebe den frühling und eigentlich liebe ich auch den winter klar es ist kalt und das was ich am winter natürlich nicht mag ist einfach dass es glatt wird ich bin ja ein kleiner tollpatsch der im zweifel auch ausrutscht aber genau dementsprechend der sommer ist für mich immer ganz ganz schwer weil es einfach nur warm ist und ich die sonne sowieso nicht so richtig mag aber ich weiß dass viele sich auf die wärme gefreut haben dementsprechend genießt die zeit den sommer jetzt er ist da und auch wenn es jetzt gerade zumindest hier in berlin ein bisschen ruhiger ist was der sommer angeht aber es wird auch wieder warm nächste woche wird es wieder warm und dann dürft ihr euch wieder in der sonne ahlen und genau ich habe übrigens bei dem die habe ich wenn man so die stunden so zusammen zählt ich glaube vielleicht anderthalb stunden gebraucht für das für diese eine postkarte also dementsprechend vielleicht auch was schönes was man so zwischendurch macht ich weiß dass viele zum beispiel viele viele stunden hintereinander basteln also wäre das vielleicht auch eine möglichkeit das zu nutzen und sowas einfach mal auszuprobieren so jetzt kommt das ergebnis noch ich wünsche euch schon mal einen wunderschönen sonntag und ich hoffe euch hat es trotzdem gefallen auch wenn es schwierig war vom schauen her und ja ich hoffe ihr seit nächster woche wieder mit dabei und bis bald bis bald Vielen Dank.